Mann, was soll denn der Scheiß jetzt? Hör auf damit! Ich bin mir auf den Sack! Kackprogramm da! Nächste Aufnahme versuche ich wieder mit Fraps, das geht ja gar nicht. Woraus geht es natürlich mit Fraps, das geht dann. Weil immer wenn irgendwas anspruchsvoll ist, der Fall war... ...wollt irgendwie Fraps nicht mehr. Und das hier ist auch ziemlich anspruchsvoll. Der Emulator frisst nämlich saue CPU-Leistung. Jetzt krieg ich da wenigstens mal ein paar neue Soldaten. Da passen noch zwei Pfeifen rein und... ...da, da können wir noch ein paar reinsetzen, so 10, 20 Leute. Das geht! Vertraut mir, ich kenne mich aus. Ich weiß, wovon ich nicht rede. Oder so ähnlich. 2, 6. 6! Meine Damen und Herren, 6! Mit nackten Freien! Summ! Dumm, 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 dumm! Dumm, 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 dumm! Dumm, 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 dumm! Summ, die, dumm! Mhhmm! Hör dir mal, bitte! Wow! Ein Hoch auf die Beschleunigungstaste, die ich jetzt drücke. Seht ihr die enorme Beschleunigung? Wie sie fast schon mit Lichtgeschwindigkeit laufen? Widerfalt mich jetzt angreifen und ich nicht mehr darauf reagieren kann, wie ich jetzt verloren habe? Tja. Also ob ich verlieren würde. Absolut ausgeschlossen. Oh, die lagern die Fische schon. Hätte ich mir die Nahrungsversorgung hier für später aufheben können. Naja. Besser jetzt als später. Nur drei Fischerhütten sind erwarten. Genau, ob es die drei Fischerhütten zwei Wörter gibt. Oder eine Zahl und du machst zu... Hä? Warum da? Das gibt doch keinen Sinn. Und der hat irgendwie nicht so viel zu fressen, was ich prinzipiell schon mal gut finde. Aber leider hat er noch zu fressen, was ich schon mal prinzipiell schlecht finde. Und leck mich, hat der ja viele Ressourcen. Warum wird denn bei dem nichts fertig? Ich meine, die laufen hier schon ein bisschen länger durch die Gegend. Das wird aber nicht sein, der hat keinen Stein mehr, oder? Der hat doch noch einen Steinbruch, aber der baut scheinbar keinen Stein mehr ab. Wieso läuft das schon wieder so ein Einzelner rum? Achso, wahrscheinlich, weil er jetzt wieder auffüllt und mich dann wieder angreifen wird. Er scheint keinen Stein mehr zu haben. Obwohl er überall Stein rumsteht. Ich find's geil. Daumen hoch. So kann's ruhig bleiben. Schön ruhig und locker flockig. Ja, ja. Ja. So, dann haben wir hier... Und hier und hier. Das sind zwei Goldminen. Okay, dann... Muss ich doch mal gucken, wie ich das anschließe. Das passt doch so. Der baut weiter den Stein da oben ab. Natürlich, weil... Pff, den Stein direkt voraus, den will doch keiner. Ich verstehe ja die Logik nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich spreche Englisch. Zu tun für richtige Sprache. Das ist voll besetzt. Wow. War da nicht mal irgendwie nur unter... Untergefreide? Gefreide drin? Untergefreide. Es ist so angsterfüllend. So überhaupt nicht. Das ist das Problem. Können wir mal ein bisschen schneller arbeiten? Nein. Sagt ich mir. So langsam müssten noch meine Getreidevorräter mal erschöpft sein. Ja, sind sie auch. Der hat noch seinen Stahlträger. Der hat noch seinen Stahlträger. Nichts gut. Diese ist nicht gut. Da haben wir jetzt... Fehlt noch einer. Dann müsste ich, glaube ich, überall voll haben. Noch einen Schnaps? Dann bin ich voll wie Hacke. Und dicht bin ich auch. Egal wie dicht du bist. Goethe war dichter. Oder so ähnlich. Ich finde auch schön, dass der Turm... Es fängt die KI an, Türme zu bauen. Ich glaube es nicht. Also das hat sie schon mal gemacht, aber... Warum hier? Ich will es gar nicht wissen. Nein, sag es mir nicht. Es darf vielleicht mal... Irgendwann ein Hauptmann drehen... Nein. Jemals! Es muss doch schneller gehen. Kann ich nicht einfach eine Fertighausmine hinbauen? Die einfach irgendwie mit einem Zeppelin oder so abgeworfen wird? Es wird auch viel schneller. Das wäre richtig schön, 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 dumm, 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 dumm nötig ist, tötet er bei den anderen König und lasst uns gewinnen. Ist doch ein toller Plan, oder nicht? Warum leh ich überhaupt so leise? Damit man mich nicht versteht vermutlich. Was? Ich weiß von nix. Hey, toll, er baut Stein ab. Er macht das, wofür ich ihn nicht bezahle, ist sehr gut. Ich wünschte, andere würden das so machen. Ich könnte da oben noch einen Fischer hinbauen. Ich meine, ich habe ja noch, eine Angel habe ich noch, oder? Nein? Nein. Moment, was? Nein? Habe ich nicht noch eine Angel gebaut? Oh, keine Angel. Es ist gut, dass ich wieder wegbrenne. Es tut so weh im Herzen. So, genug geweint. Zweige Freude. Yeah, 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 yeah. Good, yeah, good, yeah, gut. nur schleichwirbel die gar nicht deine mutter ja die kai ist wirklich schlau sie merkt nicht dass sie keine steine mehr hat der stein braucht nichts abbauen sollte das vielleicht nicht so laut sagen sonst merkt sie es noch weiß ja bei der kai immer nie ja das sind doch langsam richtig schöne züge an wir haben da was falsch gemacht glaube ich das hätten wir auch noch im angebot so komme ich denn da noch hin ja komme ich sehr weit sich voll gelohnt muss man schon mal sagen also das hat sich jetzt so richtig wege scheiße das ist doch alles nix ich hoffe die noch irgendwo da anschließen zu können aber nicht so aus ob da noch viel gehen würde perfekt habe ich das nicht mal wieder gut gemacht ich muss sagen da habe ich mich heute selbst übertroffen dieser glanz leistung von wegbausystem da habe ich schon ganz schön hart reinhauen müssen hart nicht witzig so ist jetzt im militär mächtig denn aus nicht so gut gar nicht gut das ist eine dunkle stunde für mich für euch vielleicht auch ich weiß nicht bei mir ist gerade nacht keine ahnung was bei euch gerade ist bei mir ist äh sternenhagel voll ach nee oder wo denn heute hier drüben nee was zur hölle doch da drüben irgendwo irgendwo hier irgendwo in diesem gebiet hier plus minus ein fenster toleranz so ich könnte sowieso immer wieder speichern wir müssen mal wieder da sichern klicken klicken an sichern ordentlich fliege klicken klicken nie wahrscheinlich da dass in der oberge ja hauptmänner fick dich ins knie Wie kriegst du? Wie kriegst du deine Mutter, du urensohn? Der hat wahrscheinlich schon irgendwie so viel Gold geschmossen, dass er 50% hat und... Alter, komm, wir wollen das noch. Alter, geh weg. Das ist wieder aufhören Ruhe. Ich will dich nur töten. Das ist nicht zu viel verlangt, oder? Na, also. So. Ja, ich werde angegriffen. So, jetzt habe ich nicht gesehen, wer den ersten Treffer gelandet hat, aber vermutlich darf ich jetzt eh gleich wieder... Ja, ich darf wieder laden. Aha. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Mission so Standard werden. 449, weil die auf den ganzen guten Ressourcen hocken und ich nicht. Überhaupt gar nicht. Magst du davon, dass die noch viel mehr Ressourcen in ihrem Lager haben. Da, da, da. Ich habe die Gestopfung hier auf äußerst effiziente Art und Weise gelöst. Überrascht mich gerade selbst. vielleicht sollte ich den weg umbauen damit möglichst ineffizient wird das hier grenzt mir nämlich schon leicht an effizienz und so ich bin schon wieder verlieren oder ja leck mich so viel patient kann ja noch gar nicht haben viel gold hat ja schon wieder geschmolzen an ja so das würde voraussetzen dass das wirfelsystem überhaupt funktioniert tut es nur nicht na komm komm schon du kackstuhl ach mein gigantischer penis ist wieder im weg das geht ja mal gar nicht ständig im weg ich soll den vielleicht mal abschneiden können die kinder irgendwie seilspringen oder so damit spielen und ich stolper nicht mal ständig drüber dann speichert einfach noch mal noch mal 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 wir haben einmal buch einmal buch weiß zwar nicht was ich damit sagen will aber hey mal buch machen mal ein malen ist cool nachkommen schon also gerade nur es könnte jetzt länger dauern sehr viel länger es ist so toll Nein, nicht im geringsten. Ich kann meinen Kopf von Power-Obschutz lischen. Halt. Ja, ja, ich habe angegriffen. Ja, nein, vielleicht. Was weiß ich. Ja. Ja. Oh, da steht ein Hauptmann. Wie soll ich den denn besiegen? Schön, dass ich kann auch nicht zurückschlagen. Überhaupt nicht. Die Framerade ist schon eingebrochen, wie ich sehe. Toll. Dann der Scheißdreck da. Na komm. Alter, er legt mich doch. Es ist doch Platz ohne Ende auf der Scheißplatte und alles. Ah, ich verliere schon wieder, oder? Ach, ja, legt. Verdammt nochmal. Jetzt laufst du Felix stabil. Ich bin jetzt zum Aushalten. Ach, schon wieder. Fick dich. Verdammt nochmal. Bleib oben. So ein Rotz, ein dummer. Nächstes Mal versuchst du es wieder mit Frips. So, wie es ist nicht heute auch schon gemacht. So, weil ich davon ausging, dass es wieder nicht funktioniert. Naja, legt mich. Bitte den mal. Und gewonnen. Super, hast du schon da aufmarschiert? Das ist doch die Hölle. Hölle, 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 Hölle. Leck mich. Das ist doch nicht mehr feierlich. Das geht echt nicht. Das geht so nicht. Das war's dann. Okay, vier unoffizierenden Leutnantenhauptmann. Und schon wieder am Verlieren. Toll. Ich gewinne sogar noch überraschenderweise. Muss ein Bug sein. Wahrscheinlich stürzt es ab. Ist danach kaputt. Was steckst du denn in deinen Arsch? Du sch... Arsch und Arsch und Arsch und Kruch. Du-du-dum-du-du-du-du-du-dum. Oh, die Scharmide nimmt schon Form an. Oh, der Hauptmann. Ja. Toll. Ich bin begeistert. ich kann es ausdrücken wie ich ja nicht da 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 nein es geht gar nicht das geht doch so gar nicht raus start 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 sterb doch einfach kapituliere hast keine chance sogar keine chance ja ja ich glaube ich habe gewonnen sieht gut aus sieht gut aus sie sehr gut aus was du da machst das sind sie jetzt noch nackt machen wir das süße das viel besser so wir speichern laden spiel speichern heißt gleich laden nicht wirklich aber details sowie greift jetzt an der leutnant der läuft die ganze zeit zu nein der hauptmann warum warum nur warum bist du dumm super den halte wahrscheinlich gar nicht auf das ist nicht gut was mache ich da jetzt ihn einkaufen mit dem ich mit meinem gold dass ich ja in mengen habe was den hatte ich doch eben was gibt was moment aber jetzt falschen geladen hey habe ich denn nicht schon getötet hey was zu ach da stehen noch mehr rum oder was toll mehr genau sie mir gewünscht habe nicht kommt schon macht sie platt sind nur noch vier stück nur noch ja viel gut an glaube ich gut weiter ich auch nicht schon wieder oh man musste 50.000 auf die kacktaste klopfen damit die aufnahme wieder startet und ja ganz toll jetzt konnte ich natürlich nicht speichern alter fick dich so jetzt vielleicht besser noch mehr gelöscht ja super es geht schon wieder hey fick dich bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal